Alright guys, this is Doke, in another Minecraft Video. Und normalerweise gehen sie dann eben hier rüber und dann, ihr hört es vielleicht schon wieder, sind jetzt glaube ich noch nicht so viele, aber dann fallen sie hier rein. Und das da, oh, sind fast gar keine. Vier Stück. Ah, stimmt was nicht. Sind sie wieder, oh, und auch kein Tier und Täter. Oh, schade. Auf alle Fälle, was wir hier haben, nennt man eine, ja, Kanone nach oben, wie auch immer. Und hier werden quasi die ganzen Villager gesammelt drin, zum Teil, wenn sie eben hier durchkommen. Und dann sammeln sie sich hier drin und dann kann man sie hochschießen. Und das Ganze zählt auch noch. Leider irgendwie ein bisschen komisch, weil es eben nicht stimmt jetzt, aber wir können mal schauen, was er, was die Zahl als letztes gesagt hat. 360. Das ist ein dreistelliger Bereich und, ich hoffe, mich greift jetzt hier nichts an, dieses Display geht weiter. Das heißt, wenn jetzt hier 9 ist und dann würde hier 0 werden und dann würde hier 7 werden. Das heißt, es ist richtig, 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 richtig professionell, gescheit, wie auch immer. Also, wir gehen mal kurz darüber. Obst, jetzt glaube ich, habe ich noch nichts geschmissen. Ich hoffe, ich teleportiere mich nicht jetzt gleich wieder weg. Ähm, ja, ihr seht, hier geht es fett zu. Überall geht es hier fett zu. Und ich versuche mal, da noch auf das UFO zu kommen. Schauen wir mal. Zack, so tief. Dann probieren wir es nochmal. Das dürfte besser sein. Nein. Jetzt aber. Genau. Jetzt sind wir oben und von hier oben hat man auch bei Nacht nochmal eine richtig geile Aussicht. Sehr geil sieht hier alles aus auf jeden Fall. Ist ja gut. Hm, bisschen dunkel, ja. Ähm. Ja, vor allem das sieht natürlich richtig geil aus. Ähm, wieso das hier so klickt, das sind Hühner. Und die sorgen dafür, dass hier unterschiedliches Licht herrscht. Und random lights. Und wenn die sich eben bewegen, seht ihr, geht da das Licht an. Ist ganz cool. Somit spart man sich ein bisschen legs. Genau. Wir begeben uns jetzt mal hier durch. Ich hoffe nur, ich komme da irgendwie relativ leicht rein. Und jetzt sind wir hier beim, ja, bei dem Inneren des Ganzen. Und ihr seht, ein Villager, viele, viele Türen. Und vier Iron Golems, die sind eigentlich hier, keine Ahnung, sinnlos. Früher, ganz am Anfang, hatte er das Problem, waren hier übelst viele Villager. Weil er nämlich hier zwei hatte. Und dann, dadurch konnten sie sich eben breeden. Mittlerweile breeden sie sich alle unten. Auch nicht besser. Und, ja, da konnte man die, glaube ich, irgendwie dann wegschwämmen oder so. Und, ja. Das war dann die Geburt des unendlichen Villager Breedings. Ja, ihr seht, es kann zu leicht ein Problem führen. Aber ihr habt wenigstens hier immer, ich meine, 17 Fleisch, hallo für ein Emerald. Also, es ist definitiv 23, oh, geil. Da wird sich der Iso wieder freuen. Hallo? Und ihr seht, die sind permanent am, am 6 haben. Also, die bekommen wir nie genug. Aber die Geräusche sind hier wirklich, aber dennoch ein sehr geiles, sehr geiles Projekt. Oder wie auch immer. Dann würde ich jetzt sagen, begeben wir uns nochmal rein. Denn da drin ist nämlich auch eine Ankunftstation für... Oh, servus. Oh, sind wir gestorben. Ist aber schade. Für, ähm... Ja, für Train, Zug. Und wenn ihr mich da lassen würdet, dann würde ich da mal reingehen. Ich hoffe, ich habe ein Minecraft dabei. Nein, natürlich nicht. Wen wundert's? Mich nichts. Das heißt, wir können hier gar nichts machen. Schön, dass wir wegbleiben. Deswegen würde ich sagen, wir müssen wieder zurückgehen. Denn wir müssen uns ja eben damit ein Minecraft hier hochfahren lassen. Da würde ich jetzt eigentlich nicht hin. So, so ist es schon besser. Aber ich würde sagen, bevor wir uns ein Minecraft holen... Klitsche ich mich nochmal durch ein Glas? Ne, natürlich nicht. Fangen wir nochmal hier hoch. Und bleiben dann hier auch erst mal. Denn für diese Abonnenten-Session würde ich sagen, wieder... Würde ich sagen, wieder... Würde ich wieder sagen, war's das. Ich werde jetzt die Folgen rendern. Und ich denke, das dürfte wieder für ein paar Tage, quasi wo die Folgen kommen, von DocM77's Minecraft World Tour reichen. Wir haben noch vieles nicht geschafft. Aber jetzt sind wir doch schon ein gutes Stück vorangekommen. Aber wenn ich mir überlege, was wir noch alles zu zeigen haben. Die Hölle, da waren wir noch gar nicht. Im End waren wir noch gar nicht. Da hinten, da ist ein riesen... Riesending-Projekt. Da ist ein Riesenprojekt. Da hinten, ganz hinten, ist ein Riesenprojekt. Zwei Stunden werden wir hier locker noch beschäftigt sein, denke ich. Wenn alles glatt läuft. Ich verdanke, ich verabschiede mich für diese Aufnahmesession von euch wieder. Aus der Minecraft World Tour von DocM77's. Alle Links und Rechte wie immer. Alle an DocM gesendet, wie auch immer. Auf alle Fälle die Beschreibung und so lesen. Da stehen Links zum DocM's Kanal. Und zur letzten Folge von der Minecraft World Tour, wo ihr diese Welt downloaden könnt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Wohngrefs-Creme sagt für dieses Mal Servus. Bis zum nächsten Mal. Tschau-sen. Hallihallo und willkommen zurück bei einer neuen Aufnahmesession von DocM77's New Minecraft World Tour. Also, jetzt wird er mittlerweile schon seine alte, denn er ist wieder zurück. Ich wusste es, er kommt wieder. Jetzt hat er schon wieder zwei Folgen hochgeladen von seiner neuen World Tour, nennen wir es mal. Ziemlich geil wieder. Also er hat einen schönen Seed ausgesucht. Bin gespannt, was er wieder daraus macht. Und ich freue mich eigentlich auf jede Folge, die so kommt. So wie immer. Aber wir sind hier noch in seiner alten Welt unterwegs, Leute. Und das wird auch wohl noch ein paar Folgen so weitergehen. Denn der Kerl, der baut, der ist fett immer am Bauen gewesen. Und das, glaube ich, wird auch weiterhin so bleiben. Aber um mal zu schauen, was wir schon alles haben. Wir waren hier, wir waren dort, wir waren da drüben. Das haben wir abgehakt, den haben wir abgehakt, den haben wir abgehakt. Das da hinten werden wir dann noch kurz nebenbei mal schauen. Das Teil müssen wir irgendwann mal noch kurz schauen. Da waren wir, hier haben wir alles. Hier waren wir noch nicht, hier waren wir noch nicht. Noch weiter hinten waren wir noch nicht. Und Minecraft-Strecke, hier sind wir auch noch nicht gefahren. In die Richtung hinten auch noch nicht. Also ein bisschen was bleibt da schon noch über. Aber ich denke, das bekommen wir schon hin. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal, oder wir fangen an, dass wir uns darüber begeben. Wahrscheinlich genau darüber gleich. So und dann Enter. Dann riden wir gleich hier mit und dann begeben wir uns zu diesen Türmen. Also einmal komplett rundherum, fast kein Umweg. Aber ja. Dann haben wir wenigstens so mal hier alles nach und nach abgehakt. Und wir gehen, gehen wir oder fahren wir? Wir gehen, würde ich sagen. Holen wir uns da vorne noch ein bisschen Speed. Zack. Und jetzt noch sprinten. Genau. Und dann laufen wir mal darüber. Und was wir hier sehen, ist ein Eingang, den er unten führt. Und um das zu erklären, warum auch hier auch immer mitten im Eisflächenbiomteil ein Eingang ist, müssen wir uns wieder da zurückbegeben. Denn da vorne liegt der Grund dafür. Ups, das war ein bisschen zu tief. Ich gehe jetzt den ganzen Weg zurück. Genau, da sind wir dann eh schon. Ganz knapp nicht erreicht. Macht aber gar nichts. Denn früher war hier oben, wo wir letztens nämlich schon waren und die ganzen Villager getötet haben. Beziehungsweise, weil kein TNT da war, haben wir es nicht gemacht. Aber hier, das Ganze haben wir schon erklärt gehabt. Hier war früher eine... Im Prinzip ging das hier so hoch, dann hier rüber gleich wieder. Also hier so her und wieder hier her. Dann standen hier, keine Ahnung, 5, 6, 700 Villager. Und er hat das dann so gemacht. Er wollte das quasi als kalter Pult verwenden. Das wurde leider gefixt, deswegen hat er das draus gebaut. Aber damals war es richtig cool. Er ist von oben runter gesprungen, genau in die Ecke. Und da waren dann die ganzen Villagers. Und die haben ihn dann quasi wegkatapultiert. Und das war lustigerweise genau bis zu dem Punkt, wo wir eben gerade waren. Das hat er sich quasi ein paar Mal so ausgerechnet. Und dann sind wir halt so weit gekommen. Oder er ist so weit gekommen. Jetzt funktioniert das, wie gesagt, leider nicht mehr. Da müssen wir jetzt leider immer laufen. Oh, das war ein bisschen zweit. Ah, ne, passt. Aber er ist dann genau hierher gekommen und dann sogar reingeglitscht. Und das war nämlich das Tolle daran. Er kam quasi daher und zack und fiel runter. Und jetzt sehen wir hier einen Creeper. Und das ist natürlich nicht der ganze... Nicht so toll. Aber wir gingen hier mal kurz vorbei. Genau, deswegen habe ich dich jetzt da weggebaut. Warum man hier die ganze Redstone-Scheiße offen gelassen hat, weiß ich jetzt nicht. Wir müssen erst mal den Creeper da vorne loswerden. Ihr seht schon, das ist hier ein Speed-Tunnel. Oder man soll zumindest ein Gefühl für Speed bekommen dadurch. Wehe, du explodierst mir hier. Noch eine. Das finde ich nicht so geil. Wir werden den ganzen Tunnel natürlich gleich noch fahren. What the fuck geht mit euch ab? Hm. Jetzt habe ich natürlich keinen Bogen dabei. Ne. Gegen beide werde ich jetzt wohl hier ein bisschen, ein bisschen abkacken. Hm. Scheiße. Nein. Vergeigt. Vergeigt. Vergeigt haben wir es. Na gut, dann seht ihr gleich mal die ganze Technik hinter dem ganzen System hier. Ähm, nur deswegen habe ich das gemacht, ja. Scheiße. Kacke. Trotzdem fahren wir den ganzen Tunnel hier noch. Irgendwie schaffen wir das schon. Jetzt habe ich natürlich keine Schienen mehr. Hm. Was bohnen hier auch? Dreifachkackter Creeper hier. Hätten wir gar nichts verloren. Hm. So. Dann gehen wir schnell wieder zurück. Setzen hier ein paar Schienen wieder. Genau. Und jetzt funktioniert natürlich das hier auch nicht mehr. Ist natürlich klar. Es reicht uns natürlich das Rest dann auch nicht. Ist natürlich auch wieder klar. Hm. Auch Menno. Ist gemein. Warum muss der da jetzt explodieren? Das weiß wieder keiner. So, Rest dann haben wir auch nicht dabei. Nö, natürlich nicht. Hä. Es ist scheiße. Und vor allem schade. Naja, ihr habt zumindest einen halbwegs einen Eindruck, wie das Ganze funktioniert. Ich erkläre es Ihnen nochmal kurz. Oh man. Untertitelung. BR 2018